Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Customs, eigentlich ein klassischer Sniper Raid. Noch etwas vor dem letzten Event, da ging es noch ein bisschen mehr um die Bloodhound-Jagd. Ein paar nette Flanks, ein paar nette Snipeshots und die eine oder andere Baumratte war auch am Start, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch an, war sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut. Link unten im Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Vergleich zur MP7, also im direkten Nahkampf ist die Vector45 schon besser. Servus Refacts. Ja, die MCX springt ein bisschen zu. Hin und her. Die ist instabil beim Spray. Das geht jetzt, aber ist immer noch im Vergleich zur M4 ein bisschen zickig. Es war, wie es erst im Nahkampf ist, beste Nahkampfwaffe. Also, nichts fällt so schnell wie mit diesen Waffen. Oh, wie ist es? Wir können ja gerade davon reden, ne? Hier sind Leute im L. L und Crackhouse battlen sich. Ich bin overweight, das ist das Problem, ich bin jetzt ein bisschen laut. Das Sniper-Scaref, äh. Geht mir jetzt noch. Nice Timing, ja. Eben auch von Killer geredet, war Killer da. Eben war die Tür noch auf da oben. Halt, ich soll erst mal schauen, ob hier einer ist. Ich glaube, ich muss uns von Nox. Hat schon ein schönes Schussverhalten. Ah, die ist im Arsch, okay. Oh, da war er. Da liegt ein Toter. Das ist im Arsch, okay. Da geht niemals der Schuss hin, wenn ich so pieke. Scheiße. Ich muss da Ruhe da vorne. Ich glaube, ich weiß, wo die Nate war. Hier auch? Ich muss ins Fort Nox. Jetzt hat er oben die Tür zugemacht, okay. Subbelnet rum. Oh, das sind die verdammten Blatthounds. Willst du mich verarschen? Glaube ich. Nee, sind sie nicht. Die hätten jetzt noch gefehlt. Das ist jetzt noch gefehlt. Und jetzt kommt das, ich weiß. Wir nehmen sie mal wieder. Ich gobierze sie nicht. Ich gehe tief, ich weiß nicht. Verstehe ich. Ich gehe nicht. Was ist der Scheiß, Gäff? Epic Bad. Jawohl. Genau an der richtigen Stelle. So habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. So und nicht anders. Ich liebe es, wenn ein Flank funktioniert. Er hat sich ein bisschen sicher gefühlt, hm? Im Stehen looten? Macht er wohl nicht mehr. Geek. Gut. Dankeschön. Patz War er sich nicht sicher, ob ich ihn nicht auch gesehen habe? Hat er sicher selber nochmal nachgeschaut? Finde ich gut von ihm Immer auf Nummer sicher gehen, immer schön double peaken Und sich denken, ah, ich habe ihn gesehen Aber der mich nicht Geht immer davon aus, dass ihr auch Gesehen wurdet Das ist einfacher Ist schon hier oben, ich dachte, ich habe dich unten gehört Ich habe den zweiten da Ohne ranzuzoomen in der Hütte Irgendwas hat noch nicht gepasst Deswegen habe ich hingeschaut Der war tatsächlich da Halt Genug gesungen Fertig getrallert Was denkt ihr, ist da noch einer? Das DSP Da hat man Zutritt zur Insel, wo der Lightkeeper ist Außer uns ein Lightkeeper Da ist die Erklärung Glaube ich mit dem Command Ja, ich glaube Wir müssen die Looten gehen, oder? Was denkt ihr? Schon, ja Friendly Rose Vielen Dank für den Follow Willkommen Ohne Ohne Ey Basta, wie ist das nicht vergessen auf der Baustelle, die bleibt da liegen, die nehme ich nicht mit. Die ist recht schwer, ist kaputt. Ich würde sie also nicht spielen und deshalb bleibt sie da liegen. Wollte bloß die Ammo haben. Richtig abgehoben, ich weiß. Da hinten mal ein Weckhorn, das wär's. Das war richtig close hier. Wo ist der? Fucklos, kein Scheiß. Hey Gino, was für ein Scope? Das Red Dot ist ein Delta Point, das Scope auf der Sniper ist ein Voodoo. Alles da reingebolzt, okay. Ein Klin. Hauptsache die Puffy Jacket für ein paar Millionen, aber eine Klin in der Hand. Schauplatz ändern, aber viel kann ich eigentlich, ist hier eigentlich, glaube ich, nicht mehr Dr. Snuggles. Ich glaube, das hat sie jetzt erledigt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Crackhaus und schauen mal. Wir flicken uns und dann gehen wir ins Crackhaus. Ja, alles unter Kontrolle. Danny, was denkst du von mir? Danke für den Prime im 15. Willkommen zu den Abo-Falle. Danke, dass du Prime im 15. Willst. Mal wieder. Ich hab die Blatter uns schon während des Events gefarmt, ohne zu sterben. Save my gear, save my gear. Oh mein Gott, save my gear. Also, selbstverständlich. Lieutenant Commander Bortus, danke schön für den gegifteten Sub an Dr. Snuggles. Und danke für den gegifteten Sub an Dr. Snuggles. Und danke für den gegifteten Sub an Dr. Snuggles. Viel Spaß mit dem Sub. Ja, solange Silencer ist und nicht so viel Granaten und so, kommen hier für gewöhnlich nicht so viele Leute angerannt. Da hinten ist jetzt die Tür auf, die war eben zu. Zum Glück. Da hinten ist die Tür auf. Da hinten ist zu. Ich nenne ein, ich nenne die Tür hier. Ich nenne den Ausbruch derèces Seite. Ich nenne die Tür auf. Ich nenne zwei Menschen. Ich nenne die Tür auf. Tagler, vielen Dank für das Follow-Bekommen. Nicht, dass hier noch einer hockt, alles ist möglich. Hey Wolf, Servus. Der Blackhawk. Schauen wir mal. Ich hoffe, da hockt jetzt keiner mehr drin. Oben an den Fenstern, da kann ich nicht gescheit reinschauen, aber schon rausschauen. Hier ist doch gerade was gesprungen. Baum-Camper. Ja, mach sie gut. Ach du bist so ein Lappen. Hat er mich gesehen? Ne, ne? Probier's nochmal. Baum-Rate Deluxe. Jawohl, jetzt ist er drin. Ach komm, du bist so schlecht, bleib jetzt da drin hocken. Das ist doch nicht so schwer, Mann, geht halt da rein. Jetzt fällt er da die ganze Zeit runter. Oh Mann. Ja, nochmal. Du schaffst es. Es lohnt sich. Es lohnt sich. 21 Minuten. Wenn willst du nur snipen. Ich warte so lang, bis er drin sitzt und dann gebe ich ihm ein. Jawohl. Nein! Ah! Er bewegt sich nochmal. Scheiße. Ist er tot? Ich hoffe. Ich glaube, das war zu früh geschossen. Ich höre aber auch nichts. 62, so schaust du aus, ey. Fuck, der ist nicht tot. Kleiner Rattenjunge, ey. Hat er es echt überlebt. Das ist ein Humble-Mann. Das nervt mich jetzt, dass ich den nicht habe. Hey, Amigos, servus. Das ist ein präventiver Pan-Killer. Brauche ich meinen Rucksack hin? Hier irgendwo, ne? Da liegt noch einer. Wie bringst du den Granatenwurf ab? Gar nicht, wenn er wirft. Ich weine. Ich weine. Ich weine. Wir gehen jetzt raus hier. No less, vielen Dank für den Gegifteten an DJ Moritz. Danke für den Support. Obwohl, wir können oben noch looten, ne? Ey, ich sag's euch. Das wummt mich jetzt, dass der nicht tot ist. Dieses Baumgekämpfe ist so das, äh, das allerletzte überhaupt. Alter, was ist hier los? 10.000 Leute, ja. Hier ging auf jeden Fall saftig die Party. Der hockt bestimmt ein bisschen her. Der hat nen Kappa-Container. Ich hab sein Armband gesehen. Der ist auf jeden Fall über Level 55. Super. 2. 2. 3. 3. Das war's. Alrighty, wir gehen. Reicht. Ich hab was gehustet. Steeltag, danke für den Primärm siebten. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke, dass du Primärm erlässt. Wie geht's? Ich lute dir, das ist ein Schiff-Bär. Ich lute dir, das ist ein Schiff-Bär. Ich glaub, er ist oben drin. Er blutet oben. Und Panu, vielen Dank für's Follow. Willkommen. What the fuck? Der Typ geht mir jetzt auf den Sack, das ist ein Players-Gap. Der hat wahrscheinlich irgendwas abgestaubt. Ich weiß nicht, wo er war. Ich weiß schon, was er gesagt hat. Scheiße, auch nach mir die Sintflut. Reicht mir jetzt hier. Nervt mich, dass ich die Baumrate nicht erschossen hab. Dass ich den bloß gehittet hab oder so. Keine Ahnung. Das war schon ein erbärmliches Schauspiel. Aber, war ein guter Rate. 200 Shots. Kann ich sagen. Ja, das ist halt... Ich denke halt, er sitzt jetzt still, okay. Er macht halt trotzdem noch mal so einen Zucker und das saved ihm halt das Leben, ne? Du weißt halt nie, wann sich einer noch bewegt. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, bis er wirklich ruhig sitzt. Ja, das ist halt auf sich bewegende Ziele schießen in Tarkov. Ist immer eine richtige Scheiße. Also beim Snipen halt. Da passiert das. Kannst... Kannst dich vermeiden. Das war ja garantiert der Dritte im Bunde. Level 62. Weiß der Geier. Geh mal raus, ja. Nicht oben, servus. Hey, Leute, Pano, dankeschön. Servus, wie geht's? Machen wir gleich nochmal, oder? Bisschen snipen war lustig. Was für eine Survival Rate? 73 Prozent. So. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Scheiße. Ah, Mama, hallo YouTube draus? Oh, hallo YouTube draus, komm. War auch ein guter Rate. Mama, hallo YouTube. Auf geht's. Verewigt euch. Let's go. Der ist nach hinten gefallen. Scheiße. Ich hatte ihn. Ich dachte halt, ich laufe da nicht hin, weil ich ihn noch... Halt, mach ich die Mucke aus. Hey, Mr. Jefferson, servus. Fuck. Ich hab... Ich hätte so gerne den Namen von dem. Verfluchte Baumratte, ey. Alle bei Hallo YouTube im Chat. Und, äh, Bortus, danke schon für den gegifteten Dorn. Danke für den Support. Sorry, ein bisschen untergegangen. Ja, leider, aber... Ich hatte ihn. Oh, ich hab ihn so schön da rausgeschossen. Ich hab ihn so schön da rausgeschossen. Du konntest nicht mehr genießen, dass ich ihn hab. Ich dachte, ich hab daneben geschossen. Ab sofort geh ich nicht mehr davon aus, dass ich daneben schieß. Das ist Quatsch. So, wundervoll. Wundervoll. Waren wir hier in Marker? Hat der Raid doch noch ein Happy End? Hat er doch noch ein Happy End? Überragend. Ich bin ja immer noch ein Happy End. Ich habe ihn auch nie будут. Daher schon immer noch ein Happy End. Ich bin ja immer noch ein Happy End. Ich bin ja immer noch ein Happy End. Ich bin ja immer noch ein Happy End. Untertitelung des ZDF, 2020